Man hat deine Stimme aus Garns gleich so gehört. Sag, gib mal Yannis kurz das Headset. Ja, alle drüben will mit dir reden. Also warte ich gewöhnen. Hallo! Yannis? Ja? Magst du Elias? Ja? Warum gehst du nur in deine Mama-Petson, dass er dich gekickt hat? Keine Ahnung, jetzt hast du mich in Ruhe. Das macht man nicht, du müsstest ihn wenn dann zurückschlagen. Ja, aber ich hab so eine Arme vielleicht und ich kann nicht so hart schlagen? Und? Dir dann, keine Ahnung, dann stechen ab? Ja, als ob ich meine Kula jetzt töte. Nein, nicht. Ja.